Ja, hallo! Heute nochmal ein kurzes Video zum Thema der Nutzwert von Wespen. Wir wissen ja, dass Wespen auf der einen Seite natürlich auch wichtige Bestäuber sind. Wespen sind auch Jäger, sie jagen Insekten und dezimieren so große Populationen von Fliegen, Mücken, von Bremsen, Forstung, Kulturpflanzen, schädliche Raupen und deren erwachsene Falter. Aber auch ein ganz wichtiger Aspekt im Nutzwert von Wespen ist die Funktion als Gesundheitspolizei. Denn Wespen vertilgen Aas. Und das machen sie nicht, weil sie lustig sind, sondern weil das einen Wert für den Prozessabbau der biologischen Masse in der Natur hat. Und hierzu möchte ich euch jetzt einfach kurz etwas zeigen. Eine Spitzmaus und hier nagen seit ein paar Stunden, nagen die Wespen das Muskelfleisch heraus. Unter anderem sehen wir ja die Fliegen, die versuchen ihre Eier dort abzulegen. Man muss jetzt ganz einfach mal wissen, dass diese biologische Masse ja eigentlich dann verfault. Und unsere Wespen nehmen die Funktion der Gesundheitspolizei wahr, wie andere Käfer auch. Und unsere Wespen nehmen die Funktion der Gesundheitspolizei wahr, wie andere Käfer auch. Und unsere Wespen nehmen die Funktion der Gesundheitspolizei wahr, wie andere Käfer auch. So, also, jetzt wisst ihr Bescheid. Diese Wespen sind also ganz wichtig für natürliche Abbauprozesse in unserer Natur. Und viele reden jetzt eben davon, weil die Wespen auf Aas rumsitzen oder bekrabbeln, dass sie jetzt zu Gesundheits- und Hygieneschädlichen wären, weil es könnten ja Bakterien anhaften, die dann später auch auf den Lebensmitteln sind. Und dazu kann ich nur sagen, haltet euch fest. Das ist Quatsch. Warum? Denn jeder Lebensmittelhersteller ist eigentlich verpflichtet, sichere Lebensmittel herzustellen und in Umlauf zu bringen. Das bedeutet, die Wespe kann nicht schuld daran sein, dass wenn sie mit bakterienbehafteten Beinen einen Zwetschgendatschi beläuft, dass der Zwetschgendatschi irgendwann einmal nach zwei Wochen so viele Krankheitserreger drauf hat, die von der Wespe übertragen worden sind, die dann an einen potenziellen Käufer abgegeben wurden und krank machen. Denn nichts anderes sind pathogene Keime. Die brauchen Zeit und müssen erstmal noch pathogen sein, also krank machend sein. Und alles andere ist einfach irgendwie dahergezogen und Wespen-Schlechtmacherei. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber da hat man sich vor 20, 30 Jahren einfach nur überhaupt keine Sorgen darüber gemacht, weil man andere Probleme hatte. Aber heutzutage muss man sich über so etwas tatsächlich auseinandersetzen und sagen, jetzt machen wir die Wespe einfach zum pauschalen Buhmann für alles. Ich wünsche euch was. Euer Wespenberater bleibt mir gewogen und freundlich und keine Angst vor Wespen. Haut's rein. Ciao.